Glück auf und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gamsberg im Landwirtschaftssimulator 2019 und ja wir machen heute quasi nahtlos da weiter wo die gestrige Folge geendet hat und ich bin gerade dabei hier meinen neuen Radlader, äh Quatsch Radlader, Telelader auszutesten ja die Schaufel, hm es funktioniert aber sie ist doch finde ich einen kleinen Ticken zu groß hab da den Verkäufer auch schon angerufen und hab gesagt also ich werde es ausprobieren aber ob das auf die Dauer gut geht schauen wir mal ist dann schon ein bisschen leicht auf der Hinterachse auch wenn das Füllvolumen ganz ordentlich ist also tja ausprobieren gut also Mischfutteranlage ist wieder in Betrieb genommen und hab ja noch eine Palettengabel und ne 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 sag schnell einen Ballenspieß dazu gekauft das steht alles noch beim Händler was ich natürlich noch kaufen muss was ich jetzt aber nicht von Hand aufgeladen Krieg ist was zum sauber machen ich könnte jetzt die riesen Schaufel nehmen aber es gibt da was besseres und muss ich jetzt leider nochmal mit dem Radlader wieder Radlader Telelader mein Gott wann werde ich es denn lernen nochmal zum Händler düsen und noch ein Zusatzgerät kaufen mal sehen mit der Schaufel vielleicht hole ich mir doch noch eine Silage Zange statt der Schaufel ein bisschen groß ist es schon passt auch optisch finde ich nicht ganz so gut ran an den Klaas Telelader habe ich mir beim Kaufen nicht ganz so überlegt hab mich da halt wieder bequatschen lassen vielleicht hat er davon jede Menge am Lager und wollte die deswegen loswerden aber das Ding das läuft wie die Pest hier gibt's nix so da fahren wir jetzt gleich mal hier unters Auslieferungsdach und gehen nochmal zum Händler schauen bei diverses rein und da gab es jetzt einen schönen coolen neuen Mod und zwar diesen Sweep Plus 590 gibt's einmal für Telelader und für Radlader das Ding wie man unten in der Legende sieht putzt alles weg was auf dem Hof rum liegt und verwandelt es wenn ich es richtig gelesen habe in Mist schmeißt es in den Behälter rein so sieht das Ding erstmal aus hier und ja wenn der voll ist kippt man den aus und Mist kann ich ja sehr sehr gut gebrauchen ähm bei meinem Gewächshaus so das ist das gute Stück Tuchel Sweep sieht schon mal cool aus das werden wir jetzt mal montieren hier das passt schon mal das schaukelt aber ganz schön dran rum hier muss das so naja wir fahren jetzt sofort mal zurück und werden das Ding gleich mal ausprobieren und werden das Ding gleich mal ausprobieren oh sorry ja da ist nämlich dann der Plan damit die Hühner und die Schafe sauber zu halten Gucken wir mal Gucken wir mal ich finde es eigentlich auch dahingehend sehr realistisch wenn das dann kein Futter mehr ist sondern halt wirklich Mist weil es ist ja wenn es draußen liegt schon verdreckt man kann es ja eigentlich den Tieren nicht mehr füttern wird ja im echten Leben denke ich auch nie anders gemacht ja 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 wir sind w w So, wo ist denn jetzt die Bürste drin? Die ist da dran, okay. Jetzt muss ich mir mal den Helfer dazu anmachen, was man hier eigentlich alles machen kann. Ture ist wie zu klappen. Ob ich es mal aufgeklappt aus Versehen? Was kann ich noch machen? Nichts. Also. Und jetzt scheint es zu bürsten. Mist, zwei Prozent. Na super. Funktioniert. Das finde ich ja immer cool. So, fahren wir gleich nach zu den Hühnern. Machen dort auch noch sauber. Schauen wir uns das Ding mal von vorne an. Machen wir uns das Ding mal von vorne anziehen. Machen wir uns das Ding mal von vorne anziehen. So, dass die vordere runde Bürste wirklich auch auf dem Boden aufliegt. Okay. So, wo kann ich das jetzt auskippen? Oder wie? Das probieren wir jetzt aus. Was soll das? Fahren wir mal runter zum Gewächshaus. Das würde ich mir vielleicht... Achso. Wollte ich gerade sagen, äh, muss man das jetzt drüber heben. Aber das wird jetzt normal übergeladen. Wie viel haben wir jetzt drin? 4.667. Eins. Oh. Das Ding. Gefällt mir. Gut. Und wenn wir einmal hier sind, werden wir gleich mal noch bei den Tieren Wasser auffüllen. Das Schöne ist ja, außer, dass unser Tele-Lader eine Anhängekupplung hat. Die Frage ist, das sieht natürlich jetzt ein bisschen sehr strange aus, hat natürlich keinen Zapfwellenanschluss. Ob wir hier trotzdem Wasser reinkriegen? Bin ich ja mal gespannt. Das war eigentlich das, weswegen ich mich auch für die Glasgeräte entschieden habe, weil die eine Anhängekupplung haben, wo man mal einen Anhänger über den Hof boxieren kann und so weiter und so fort. Und eigentlich auch Wasser laden. Das war der Plan. Funktioniert doch. Ja gut. Zapfwelle halt ohne. Ohne Funktion. Schade. Wenn ich es jetzt natürlich an den Traktor ankoppeln würde, würde es funktionieren. Gut. Schauen wir mal, was denn so hier gebraucht wird. Ein bisschen Wasser bei den Schafen. Ja. Die Hühner brauchen auch mal Futter, sehe ich gerade. Da könnte ich auch mal einen Anhänger wieder mit rausbringen. Oh, und den Rest ins Gewächshaus. Gut. Das dauert natürlich jetzt hier alle Weile. Gucken wir uns unsere Kehrmaschine nochmal an. Geiles Teil. Jetzt sehe ich gerade im Hintergrund Stroh liegen. Was haben wir denn für einen Strohpreis? Der war letztens am Steigen. 78. Und noch am Steigen. Also da muss ich ganz, ganz dolle aufpassen, dass ich da den richtigen Zeitpunkt erwische. Und dann geht hier mal ein Großteil von dem Stroh weg. Für die Futtermischanlage habe ich hinten noch ein paar Ballen liegen. Kann ja auch hier ein paar liegen lassen von denen. Aber zwei Anhänger gehen mindestens raus. So. Jetzt fällt mir fast nichts mehr ein zum Erzählen hier, während das immer noch Wasser pumpt. 18.000 Liter gehen rein in das Fass. Dauert halt ein Stück. Könnten ja nochmal schauen, was hier bei den Hühnern so... Ah, ein Karton. Da habe ich die Palette zu spät reingestellt. Wenn ich den jetzt reinschmeiße, da wird natürlich nicht mitgezählt. Den muss ich also... Können wir schon mal beiseite räumen. Ähm, separat irgendwo, Pick-up rein oder so. Den muss ich mal von Hand verkaufen. Oder ich nehme sie mit nach Hause und mache mir jede Menge Rührei, Spiegelei, Omelette und so weiter und so fort. So. Jetzt haben wir das auch endlich geschafft. Uh. Ah, schnauft er aber ganz schön hier, der Kollege. Was mache ich denn? Boah, das schöne neue Ding schon kaputt hier. Ich werde es jetzt einfach mal hier ablauten. Was ist denn jetzt? Jetzt komme ich nie wieder weg hier. Irgendwas ist jetzt gerade nicht gut hier. So. Hallo. Woran liegt es? Liegt es am Fass? Liegt es an dem... Also der hat ein Problem mit dem Fass. Mächtiges Problem. Schade. Oder ist es einfach nur das Gewicht? Könnte auch einfach das Gewicht sein. Ich komme nie rückwärts. Ist denn das der Dank hier? So, aber ich kann Wasser überlauten. Dann pumpen wir jetzt mal rein und dann gucken wir mal, wenn es leichter wird. Ich befürchte aber, die Bäden kommen nie ganz so gut klar, oder? Ne, es ist doch das Gewicht. Jetzt fährt er schon besser. Hm. Na ja, da muss ich mir noch mal was überlegen hier. Jetzt ist kein Problem mehr. Es ist einfach das Gewicht. Das ist schon wahrscheinlich ziemlich realistisch gemacht. Na gut. So viel dazu. So. Jetzt werden wir erst mal wieder zurück zum Hof fahren. die Mischrationen mitnehmen. Die Mischrationen mitnehmen. Ich denke, da wird es noch nicht mal voll so Schwung mitnehmen und vor dem noch rausziehen. Ja, aber ansonsten Fazit. Glas-Tele-Loader, super. Schaufel funktioniert. Aber, hm, grenzwertig. Mit dem großen Wasserfass hat er ein Problem. Na gut, man muss sich's auch so vorstellen, in echt, 18 Kubik Wasser. Die wiegen natürlich auch was. Vielleicht tausche ich die Fässer einfach aus. Ich hab ja noch das 7500 Liter Fass auf dem Hof. Die Blumen, das ist nicht ganz so gierig, sag ich jetzt mal. Also, wenn dort einmal voll ist, dann hält das alle Weile vor. Und die Schweine und die Kühe, die brauchen natürlich schon mehr Wasser. Und da hab ich einen Traktor am Hof. Der sollte das eigentlich hinkriegen. Ich denke, ich werde die Fässer austauschen. So, Gott sei Dank ist er weg. So. Ich denke, hier können wir bedenkenlos reinkippen. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Oder? Naja, es ist grün geworden, aber da würde noch mehr gehen. So. Seht ihr? Und die Reproduktions... Ne, Quatsch. Ich war jetzt der falschen Zeile. Existieren zwei Stunden. Reproduktionsrate ist schon geblieben bei 2,15. Also das müssen wir noch ein bisschen runterkriegen, die Zeit. Anderthalb Stunden ist eigentlich so mein Ziel. Wie sieht's denn eigentlich jetzt hier aus? Das läuft. Das läuft. Gut. Gülle läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann hatte ich ja schon mal in einer der letzten Folgen anklingen lassen, dass ich das Silo hier leer machen wollte. Was ich natürlich auch getan habe. Aber brauche ich's nicht mehr. Ich mache Grasssilage oben in den Fermenter rein. Beziehungsweise kann's auch im Hofsilo einlagern. Und... Das kommt weg. Und da will ich was anderes hinbauen. Auf jeden Fall soll da noch Unterstellmöglichkeiten hinkommen für Anhänger. Ja, oder... Ich weiß nicht. Irgendwas noch. Ich hab ja noch Zeug, was alles so rumsteht. Zum Beispiel Mähwerke hier. Die stehen auch so auf dem Hof rum. Was ich da genau hinbauen will, bin ich mir noch nie so richtig sicher. Aber auf jeden Fall werde ich's demnächst mal ausmessen. Das Hofsilo abreißen. Ja, dann machen wir was Neues. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall erstmal mit dem Gras hier befassen. Zumindest anfangen. Ich werde jetzt die ganze Folge nie noch Gras mähen. Keine Sorge. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, ist die Sportablage eingestellt. Ja. Gut. Dann düsen wir mal hier über die Wiese. Ja, und während des Gras mähen kann man ja mal noch ein bisschen philosophieren, wie wir denn hier so weitermachen auf der Karte. Wie gesagt, Unterstellmöglichkeit soll hin. Dann möchte ich gerne noch ein bisschen Land kaufen. Dazu brauchen wir aber auch erst wieder Geld, logischerweise. Ist blöd halt, man braucht für alles Geld. Aber ist so. Ja, Land kaufen. Ein Traktor. Möchte ich irgendwann auch noch einen zusätzlichen haben, weil mir manchmal jetzt schon die Traktoren ein bisschen knapp geworden sind. Mal gucken. Vielleicht einer von Klaas. Also mir schwebt schon noch ein größerer Klaas vor. Kann es aber noch nie mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht auch noch ein John Deere oder was ganz was anderes. Keine Ahnung. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch noch eine kluge, coole Idee. Was ich da kaufen sollte, könnte, müsste. Ja, das wären erst mal jetzt so die nächsten Projekte, sag ich mal. Dann hätte ich auch noch Interesse dran, unten wo das Grasfeld ist, wo ich die Hälfte schon verpachtet habe, da noch irgendwas oder die andere Hälfte zu verpachten. Vielleicht findet sich ja noch irgendwas cooles an Industrie, der da sagt, da könnte man bauen. Weil Platz ist noch da und die Wiese als solches ist jetzt eigentlich für nichts mehr verwendbar sonst. Als Feld oder so macht jetzt keinen Sinn. going. Das Feld oder so, das Feld oder so. Was ist das? Zweite Bahn runterziehen. Ansonsten bin ich eigentlich soweit jetzt ganz happy hier, Stand der Entwicklung auf der Gamsberg. Hat eine ganze Weile gedauert vieles, aber naja, wie sagt man so schön, mit einem Hieb fällt kein Baum. So, ich ziehe jetzt hier gerade Spuren. Das ist halt ein bisschen eine unförmige Wiese, aber das reicht. Für die Tierversorgung reicht's. Die ist auch mal zwischendurch ganz fix gemäht. Die ist auch mal zwischendurch. Die ist auch mal zwischendurch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ging dann doch relativ schnell. Nun machen wir das auch noch zu Ende. Ich bin eh kein Freund von halben Sachen. Ich bin eh kein Freund von halben Sachen. So, das war's los. Schön haben wir das. Dann werden wir jetzt die Mähwerke gleich noch fix waschen. Vielleicht noch durchreparieren. Ich hab ja letztens in den Kommentaren, ich muss dazu sagen, ich lese wirklich jeden eure Kommentare. Hier passe ich bloß nicht rein, da muss ich mit dem Kärscher wieder Schlauch hier raus. Bleibe ich hängen. In den Kommentaren gelesen, ja, ich sollte doch auch regelmäßiger meine Geräte warten und reparieren. Ja, stimmt. Hab da auch drunter geschrieben, dass ich da ein bisschen ein kleiner Schlamper bin, auf deutsch gesagt. Ich gelobe Besserung. Also erstmal säubern. Boah. Boah. Ich hab ins Gebüsch geflogen. Da kommt der Traktor auch gleich mit dran. Oh, das sieht ja schlimm aus hier vorne. Geht gar nicht runter, der Dreck. So. Jetzt. Gut. Dann gehen wir noch schnell ins Menü. Und werden noch eine Reparatur durchführen. Wenn sie denn nötig ist. Ihr seht, ich hätte es reparieren wollen, aber es ist gar nicht kaputt. Gut. Ähm. Sieht aus wie neu. Ist neu. Fast. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch, ähm, ja, eigentlich schon mal ein schönes Wochenende, ne? Ist ja Freitag heute. Schönes Wochenende. Und nächste Woche Montag geht's natürlich weiter hier. Karte Gamsberg. Nicht vergessen. 14 Uhr. Mein Kanal. Der Sachsenbauer. Schaut bitte wieder rein. Und seid gespannt. Also. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.